Hey, ich bin drin. Okay, ja, alles gut, alles geil. Da ist die Kamera. Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Dieses Mal wieder mit dem Ruben zusammen, weil wir ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, einen neuen Song gemacht haben bzw. Johnny und ich haben einen neuen Song gemacht. Ruben hat die Kamera gemacht, assistiert, zusammen mit dem Marc, der auch in dem Video mit drin war. Heute ist Dienstag, da sind die Outtakes erschienen. Und jetzt werden wir uns den Song noch mal zusammen geben und da so ein paar, so einen kleinen Insider-Talk machen zusammen. Wir werden so ein paar Sachen rauspicken, die uns aufgefallen sind, den Song noch mal ein bisschen analysieren, euch auf eine kleine Reise zusammenschicken. Ich hoffe, ihr könnt es genießen. Habt viel Spaß. Willst du noch was sagen? Es wird ganz wunderbar. Oh, das denke ich aber auch. Und mit diesen Worten starten wir rein. Let's go. Wenn du was sagen willst, kannst du auch Stopp drücken. Wie soll ich das sagen? Oh, das fand ich schon geil, den Aufmacher. Da muss ich jetzt mal sagen. Ich habe das Video noch nicht richtig gesehen. Ich habe ihn nur ein bisschen gesehen. Ich finde es schon geil mit diesem Wer, wer, ah. Ja, wie das im Hintergrund losgeht. Ja, das ist mir im Outtake-Video aufgefallen. Vielleicht können wir das ja auch noch gucken. Ich weiß nicht. Weil da kann man es eigentlich noch geben. Weil da kann man ja wirklich richtig viel reden zu. Ja, ist wirklich so. Und das finde ich geil jetzt auch, wo das aufgegangen ist, hier mit den Dingern. Wäre sehr schön symmetrisch. Gefällt mir gut. Doch, sieht cool aus. Junge, was ich da gemacht habe, ist, ich habe einfach in der Sony Vegas Effektkiste rumgespielt und habe einfach so geguckt, was sieht cool aus, was kann man machen. Und habe das dann so gesehen. Dann dachte ich mir so, hä, fünf Kacheln? Ich habe drei Buchstaben für den Song. Machen wir das doch. Wait. Was mich da direkt stört am Anfang ist definitiv die Schärfe. Also da fängt es schon an. Ruhm war ja meist, da war er an der Kamera. Das Ding ist, es ist primär nicht seine Schuld. Das Ding war er. Ich habe auf der Kamera ein F1.7 Objektiv mit einer Festbrennweite. Und ich bin raus. Das war es schon. Das bedeutet so viel wie, die Brennweite bestimmt ja, wie sehr das Objekt, was vor der Kamera ist, an Schärfe hat im Vergleich zum Hintergrund. Das, was hier im Fokus ist, ganz scharf und ist im Hintergrund unscharf. Ihr könnt jetzt auch, wenn ich die Kamera richtig eingestellt habe, sehen, dass der Hintergrund leicht unscharf ist. Wir sind scharf. So sollte es im Idealfall sein. Aber da ist halt dieses Gitter irgendwie voll scharf. Ich weiß nicht, der Fokus hat nicht richtig gesessen. Es gibt nämlich einmal einen Autofokus an der Kamera und einen manuellen Fokus. Der Autofokus sorgt dafür. Die Kamera setzt immer automatisch nach. Aber mit diesem Objektiv klappt es irgendwie nicht so ganz richtig. Dann haben wir es einmal kurz mit manuellem Fokus versucht, also selbst an eine Kamera gedreht. Dann ist es feste, so wie jetzt in dieser Einstellung hier. Das war aber auch kacke, weil wir uns ja ständig bewegen. Also geht auch nicht. Ja, das war das Blöde. Jetzt werde ich mir noch mal ein neues Objektiv holen. Dann werde ich das, was wir jetzt gerade haben, speziell für Videos benutzen wie dieses hier oder für wunderschöne Nahaufnahmen. Aber für solche Bewegbilder ist es, glaube ich, schon schlauer, so ein Brennenweite nochmal einstellen kann. Soviel zum technischen Talk. Deswegen sind sehr viele Szenen sehr unsauber. Fuck mich auch ehrlich gesagt sehr ab, weil die Kamera eigentlich so viel mehr könnte, als sie hier gezeigt hat. Und was ich auch schade finde, ist, dass es auch zu Flimmern kommt wegen den Lichtern. Da gibt es ja auch verschiedene Parameter, die du einstellen kannst. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in dieses Nerdige reingehen, jetzt was über ISO-Werte und so weiter labern. Aber das war, glaube ich, der Shutter-Speed. Also wenn du hier Bewegungsunschärfe drin hast, der war zu, ich glaube, zu niedrig eingestellt. Den hätte man höher einstellen müssen. Anfängerfehler. Aber an sich finde ich es auch geil. Wir haben sieben Sekunden geschafft vom Video. Weiter geht's. Ja, warte, da würde ich das sagen. Das ist halt das Problem. Ich habe Kamera gemacht, aber ich habe ja keine Ahnung gehabt. Also wenig Ahnung. Ich wusste so, wie das Gimbal funktioniert. Ich konnte bewegen mit dem Gimbal und so und da konnte ich ein paar coole Aufnahmen machen. Aber ich habe halt kameratechnisch keine Ahnung. Und ich bin ja quasi nur der ausführende Arm gewesen. Du hast quasi gesagt, hier Kamera, ich habe alles eingestellt, mach. Und dann habe ich halt gemacht, du bist schuld. Ja, will ich auch sagen im Endeffekt. Also schon die Beleidigungen waren schon gerechtfertigt gegen mich so. Ja, überhaupt nicht. Ich weiß nicht so richtig. Beat produziert bei Manipuliert. Das finde ich krass. Ich fand es voll krass, wie geil scharf. Das ist ja Vektor basiert, gehe ich mal davon aus. Ja, das hat mir der Ruben gemacht. Das ist stark, Alter. Das ist wirklich richtig schön clean. Ich habe mich voll gefreut, dass das so hochauflösend und clean war. Ja, ich habe einen extra gefragt, ob er mir das so in der Vektorgrafik schicken kann, dass ich das gradieren kann, wie ich will. Und dann hat er das gemacht. Und im Endeffekt war das noch von den Farben relativ schwach gesättigt. Also das Rot war sehr blass und das war eigentlich grün. Also ich habe da noch ein bisschen was rumgewerkelt. Auf dem Thumbnail sieht es ja nochmal anders aus. Aber ich fand es cool. Ich habe ihn einfach gefragt, ey, kannst du das machen? Weil Ruben macht schon Graffiti seit er zwölf ist oder elf. Der ist ja bestimmt schon 14 jetzt. Würde ich ihm auch zutragen. Sieht schon so aus wie der Viertzer mit seinen 1,95. Du bist am Lachen gerade. Was ist los? Nix. Nein, nein, ich will das, dass ich abhuse. Wie du im Hintergrund schon gelächelt hast, hat mich erfreut. Ich fand es gut. Du hast gerade eben, wir müssen ja auch mal ein bisschen auf den Song eingehen. Es geht los mit wer, wer und dann kommt im Hintergrund auch so ein wer in einer anderen Tonlage. Fand ich sehr erfrischend. Wir hören nochmal rein. Wer hat weder Texte noch Flow? Wer ist er? Wer? 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 Genau. Ohne Witz, was die Hook angeht, ne? Ich habe es dir ja schon mal erzählt, aber hier kann ich es ja nochmal kurz sagen. Also, wir sind für diesen Track extra zu Johnnys Wohnort gefahren. Der liegt ungefähr 200 Kilometer von mir entfernt. Also Mark, Ruben, ich sind dann ins Auto gestiegen, hingefahren, haben uns da ein Hotel gemietet. War auch wieder so eine Geschichte. An diesem Tag musste ich gerade die Reaction von Ruben und mir filmen zu der Cypher. Ging ja über eine Stunde, ich war übelst ausgebrannt an dem Tag. Und dann war das aber so, Johnny sollte die Hook machen für den Track. Und hat es nicht rechtzeitig aufgenommen bekommen. Hat nicht mal seinen Part aufgenommen bekommen. Und hat mir dann, also ich weiß nicht, ob er es in einem Treppenhaus oder so aufgenommen hat. Hat er mir diese Woche geschickt. Das kann ich auch später mal kurz einblenden. Warte, ich zeige es einfach jetzt. Er hat die wirklich richtig ekelhaft aufgenommen, weil es nicht anders ging. Und ich musste das dann so zurecht cutten, dass wir wenigstens eine Audio hatten, die wir dann im Hintergrund spielen konnten beim Video, damit wir performen konnten. Ich hatte meinen Teil schon längst aufgenommen und er hatte halt die Hook nicht. Und da war jetzt die Frage, er hat so einen halben Text für die Hook gehabt. Was habe ich gemacht? Ich bin um 23 Uhr heimgekommen, habe was gegessen, mich fertig gemacht. War dann da um 1 Uhr hier im Studio. Und musste dann diese komplette Hook neu machen und gleichzeitig aufnehmen. Und die ging völlig anders am Anfang. Also dieses Wer war gar nicht so das Motiv von dem Ding. Überhaupt nicht. Hieß das dann auch Wer? Nein, nein, das kam dann, nachdem ich die Hook gemacht habe. Also der Name stand noch gar nicht fest, als wir da zusammen aufgenommen haben, als wir das Video da gemacht haben. Das war ja auch noch alles ungemischt und so weiter. Das ist nochmal so ein eigenes Ding. Also ich musste das dann komplett improvisieren. Ich bin froh, dass es ganz gut geworden ist. Ich habe dann einfach viel rumprobiert, viel gemacht, ein bisschen gelayert und dann ist halt das rausgekommen, was rausgekommen ist. Ich fand es aber echt nicht, also ich finde es jetzt echt nicht schlecht, die Hook. Ich finde die auch nicht schlecht. Manchmal sind spontane Sachen, die schnell entstehen ja auch gut. Ich verweise an Schorlegewitter so. Ah hier, Wer, die Videoreferenz. Das ist der Mix auch noch komplett kacke, da könnt ihr mal reinhören. Ja, da ist ja am Anfang ganz lange nichts, das musste ich auch rausschneiden. Merkt man aber auch. Und hier kommt Johnny's Part. Hat diese Brüche mit deinem Puppet zugekommen, ich leute wie du, verdiene fünf Knotenklicks. Ich habe nur für dich gehört, wie man mit uns schlussendet. Stell dir vor, Johnny, ich habe dich, wenn du das liest, ich habe dich echt lieb, Mann, wirklich. Ich hätte vor einem Video jetzt wirklich so gemacht, man sieht so einen ganz langen Gang und er steht einfach irgendwo in der Mitte und performst und man erkennt gar nichts. Man hört nur genau diese Audio. Er steht da, performt, man hört nur so. Stabil. Und er war nicht für Audio-Wiele geeignet. Uiuiui. Aber erfrischend, auf jeden Fall. Ja und damit mussten wir arbeiten im Endeffekt. Ganz ehrlich, als wir da angekommen sind in den Hof, das waren sau viele neue Eindrücke für uns. Und dann waren wir erstmal im Hotel. Du hast aber den Ort geleakt. Wir sind in einem Hof angekommen. Es war eine Stadt, da war ein Hof. Also, als wir dann im Hotel saßen, war es auch erstmal so, uff. Erstmal sacken lassen. Und dann haben wir uns diese Version, also habe ich diese Version vom Song angemacht. Und, weißt du, das Ding ist so, ich habe Ruben meinen Part einen Monat vorher geschickt, weil ich da ein paar Flow-Experimente gemacht habe. Es ist auch genau der Part, den ihr jetzt gerade hört. Er guckt mich nur so an, das war so geil. Er hat mich vor so gefragt, was machen wir jetzt eigentlich für einen Song? Dann habe ich gesagt, hä, habe ich dir doch geschickt? Hä, was geschickt? Ich so, ja, hä, das war vor einem Monat. Ach, meinst du das? Das willst du machen? Und ich weiß, vollkommen gestresst, kaum Schlaf gehabt, das alles in der Nacht gemacht. Diese Version vom Song gehabt, die wirklich kacke klingt. Ich war da in dem Moment nur so und dachte mir so, oi, Motivation gerade, 200% gesungen, wirklich. Das willst du jetzt machen? Ja, wirklich so, aber auch der Blick von dir, wirklich da war so richtig so, uff. Nein, ich habe das halt nicht so gemacht. Ich dachte, bei mir war es halt wirklich so, du hast mir das geschickt. Ich dachte mir so, okay, ja. Und ich dachte, du hast es so erzählt von mir, ja, ich will das mal benutzen. Ich dachte so, ja, okay, er will es mal benutzen. Und dann meinst du so, ja, hier, das ist das und machst es an. Und ich dachte mir so, hä, ach, das ist jetzt das, was du mal benutzen wolltest. Weil ich fühlte mich ja so angehört, als ob du es irgendwann mal machst und als ob das nicht so fertig ist. Und es war so eine Idee. Aber das war ja dann genau der Part, den du hattest, nur du hast halt noch mehr drangehängt, weil ich noch nicht kannte. Ja, genau, das war so. Und, ähm, ja, und für mich, für mich hat es dann, ja, für mich hat es halt so gewirkt wie, oh Scheiße. Scheiße, ja, genau, genau. Ja, ich weiß noch, ich fand ja die Ursprungsversion, wo noch nicht dieses, ah, oder so drin war. Ja. Hast ja nur die, auch im Training, Sweater. Da waren diese langen Pausen, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und da dachte ich mir auch, hä, also ich fand es einfach, das war nicht angenehm zu hören, weil diese Pausen haben so übel gestoppt. Aber jetzt hast du es halt schön gezogen mit so, mit so Sounds, mit so, guck wie lecker, Schöppert. Das war aber schon vorher drin tatsächlich. Ja? Ist aber wahrscheinlich einfach einen dummen Mix untergegangen vorher. Ich habe das Ding ja auch nochmal nach der Probeversion komplett neu gemischt, auch den Beat. Also der Typ, der mir, der uns den Beat zugeschickt hat, übrigens kostenlos, also wirklich danke nochmal dafür, hatte mir die Einzelspuren nochmal rübergeschickt, weil ich fand, das war vom Mixing her ausbaufähig. Gerade Bass und so weiter hat so ein bisschen geclashed miteinander und da habe ich das dann halt neu gemischt. Dann ist das dabei rausgekommen, fand ich, fand ich ziemlich cool, so. Ist deinem Label Devote? Wer? Verkauft dich für Kinder als Dope? Sag mir wer? 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 Hat weder Texte noch Flow? Wer? Ist deinem Label Devote? Das, 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 ha, ha. Es klingt wie Marc. Ist deinem Label Devote? Wer? Verkauft dich für Kinder als Dope? Sag mir wer? 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 Gar nicht. Allzu alt. Nein, nein, überhaupt nicht. Ha, ha, ha. Finde ich, weißt du, nachdem das klingt? Das ist genau die Stimmlage. Das klingt wie Punch Arroganz. Das klingt Marc wie Punch Arroganz. Introvertierter erhebt seine Stimme. Ich glaube, das ist das. Das ist früher, das ist wirklich genau die Stimmlage, wo ich früher da gehockt habe, gezockt habe und ich habe irgendeinen Scheiß gemacht und irgendwie, und irgendwie in Minecraft fünf Diamanten in den Lavasee fallen lassen. Und dann kam genau so ein, ha? Genau die Stimmlage. Eins zu eins. Wer verkauft dich für Kinder als Dope? Sag mir wer, 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 wer hat weder Texte noch Flow? Wer ist deinem Label Devote? Wer hat diese Punkte vergeben? Scheinbar die komplette Szene. Verstehst du? Da das jetzt eh wieder zehn Stunden geben wird, kann ich eigentlich schon direkt was zu Hook sagen. Also, was ich ganz cool fand, ist, ich habe in dem Song sehr viel mit langsameren Triolen experimentiert. Ich habe ja gesagt, es gibt die schnellen Triolen im Sechzehntelraster, was wir als Double Time verstehen. Und dann gibt es die langsameren Triolen, was für viele schon etwas nach Halftime klingt, aber noch ein bisschen schneller. Es ist halt, es hat auch viel mit Psychoakustik zu tun, wie wir Schnelligkeit wahrnehmen. Auf jeden Fall würde das in dem Punkt bedeuten, wenn Double Time das hier ist, dann ist die Triolen, die ich hier spitte, das habe ich im Part ausprobiert und als ich dann diese Hook mehr oder weniger gefreestylt habe, habe ich dann auch einfach mit Triolen experimentiert. Also, wer hat denn da Technik noch Flow? Und dann so weiter. Und auch am Ende. Hat diese Punkte vergeben? Scheinbar die komplette Szene. und das klingt auch so ein bisschen nach das klingt auch so ein bisschen ich schraube hier gerade von meinem Handgelenk nach Junge das klingt auch ein bisschen nach Lance Butters der benutzt den Flow auch ganz gerne auch wenn es bei ihm eher unbewusst ist weil er hat gesagt er hat nicht so Plan von Raster und Takt und so weiter aber ich fand das ganz cool vielen hat es auch gefallen das ist krass weil ich habe ja wirklich viel Neues gemacht und die Leute fanden es cool okay erste vier Zeilen also das fand ich schon mal also wie du reinkommst mit ich bin die Hoheit im Biss das finde ich stimmt technisch schon mal sehr gut es kommt halt wirklich so und jetzt auf den guten Kopfhörern ich habe es nur mit Handy gehört bis jetzt auf den guten Kopfhörern kommt es halt wirklich geil richtig schön clean ich bin die Hoheit im Biss und direkt komm rein komm rein du kommst halt wirklich rein und Flow ist tight und guck wie der Nomen reinsitzt muss ich auch sagen ich habe Flow schon vorne herangestellt bei dem Song es gibt viele Lines wo ich mir im Nachhinein auch denke okay ein bisschen plump von der Aussage aber es ist halt es ist halt ein Battle Rap Song mit so einer leicht coolen schleppenden Attitüde das habe ich ja direkt gefühlt als ich halt den Beat das erste Mal gehört habe und dachte mir so ja ich glaube das ist so ein Song den könnte man auch einfach laufen lassen und so habe ich halt auch den Text geschrieben am Anfang ich fand es auch wirklich cool wie ich mit dem Oh reingekommen bin am Anfang aber ich habe sehr viele Takes dafür gebraucht dieser Anfang hat mich echt gestört wirklich wegen dem Ende als ich dann rappte keine Verluste weil ich den Einbruch verhindere wie ein Rottweiler Biss weil diese diese lange triolische Passage meine Stimme war am Anfang nicht gerade genug und ich bin dann entweder zu hoch geworden oder zu unkonstant das ist tatsächlich komisch zu halten wenn man es nicht gewohnt ist und mit der Zeit hatte ich das raus aber ich klang auch am Anfang sehr dünn also ich musste schon ein paar Mal überarbeiten aber hat sich gelohnt ich finde es gut auch bei schlechtem Wetter jetzt kommt die in den Trainings Sweater guck wie leckter Shepard du bist der Gaut dann ist leckter Shepard zück in die Palm weil er wie geistesgestört da muss ich sagen guck mal da merkt man schon direkt wir haben zum Video jetzt gar nichts gesagt du cuttest halt viel ich finde es teilweise schon fast zu viel gekutte wo ich es erstmal geguckt habe schon sehr sehr einfach weil du willst halt willst ja davon ablenken dass die Zehen teilweise unscharf sind einerseits das waren zwei Handicaps einmal genau die Unschärfe und zweitens meine Handbewegung wirklich ich mache es so oft den hier das ist nicht normal wirklich manchmal sind feste Bewegungen mit drin und manchmal dann wieder wirklich einfach nur rumgefuchtelt vom Allerfeinsten wie so ein toter Fisch den ich an meiner Hand enthalte es ist echt nicht geil manchmal hast du halt so es ist übel schwer aber ich fand deine Mimik deine Gesichtsmimik und so ist schon echt nicht schlecht bei dem da hast du schon da hast du schon richtig diesen Blick drauf gehabt dieses was willst du jetzt ja das stimmt aber das ist halt schwierig rüber zu bringen muss man aber auch sagen das war ja die Szene am Anfang wo ich hier gedreht habe im Studio ich habe hier nochmal Einstellungen gemacht wo ich mir ein Blackscreen aufgebaut habe dann ist Kunstblut in die Fresse gerieben und da hat diesen Farbkontrast gemacht und da habe ich mich echt wohl gefühlt weil da war ich ja alleine da konnte ich hier vor der Kamera rumspasten wie ich wollte da hat nicht irgend so jemand hinter der Kamera so vorgeguckt da war niemand da der sich komisch angeguckt hat das einzige Hindernis war ich hatte dann halt ich hatte dann halt dieses komplette Blut an den Fingern und musste dann halt irgendwie auf den Auslöser drücken von der Kamera das war richtig dumm das sieht man auch auf den Aufnahmen teilweise aber an sich ging das so ich habe auch ein paar coole Einstellungen da gedreht also zum Beispiel eben wegen dieser geringen Tiefenschärfe sieht es halt geil aus wenn man ganz nah rankommt in dem Fall und als ich diese Grinsen und so dann da gemacht habe von der Kerl mich fand sah gut aus sehen wir später nochmal Gehörgang kann man auch kann man auch drüber streiten oder? Achso ich wollte noch was sagen zu dem ganzen zu dem Guck wie leckt da hast du das hört man jetzt auch wenn du man es wirklich mal hört euch den Song wirklich mal an mit ein bisschen guten Kopfhörern hier ja ein bisschen Qualität Qualität Habub Qualität Qualität da hört man die ganzen Spielereien die du da reingebaut hast weil der Herr Leck da der spielt einfach gerne mit so Kleinigkeiten rum wo euch dann eine Stunde dran auffällt dass dieser Perfektionisten muss und wenn der kickt bei den Leuten dann gibt es so kleine Scheiße wo keinen interessiert aber die sind drin und bei dem hast du so viele verschiedene Sounds rein sogar so ein Glass Shepard reingemacht ja genau bei Shepard hast du eine Ziege ja das können wir eigentlich auch gleich nochmal erklären das Ding ist halt ich mach das hab das in dem Punkt gemacht halt wirklich um die Leere zu filmen weil die Pausen zwischen meinen Lyrics sind ja echt lang in dem Punkt genau das was Ruben kritisiert hat und eben dadurch dass ich das gefüllt habe fällt es nicht so auf das mag zwar jetzt nicht so extrem krass wirken für viele aber es macht halt genau das was sie soll und zwar kaschieren und das macht es eigentlich ganz gut finde ich die Leine ist schon die kann man erklären kann man kicken ich glaube das versteht man nicht unbedingt aber ich finde die gut wenn man kurz drüber nachdenkt die Leine ist ja auch bei schlechtem Wetter in den Trainings wetter guck wie leckter Shepard du bist der Gott dann ist leckter Shepard ja das ist halt ein Split die ersten zwei Lines kannst du eigentlich komplett in die Tonne kloppen vom Inhalt her ich bin so motiviert dass ich auch bei schlechtem Wetter trainiere heftig heftig dicker ist halt cool ja halt normaler vielsilbiger Reim ich habe halt dann auch Reim gesucht dafür weil ich hatte dieses da 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 im Kopf wo ich auch absichtlich Offbeat geflowt habe das geht ja komplett an das Nerv vorbei absichtlich aber so krass dass man schon merkt dass es beabsichtigt ist so wie Shandy das früher manchmal gemacht hat bei dem hier also bei das Nerv dieses müsste eigentlich der Reim kommen und hier geht er absichtlich dran vorbei guck wie leckter Shepard du bist der Gott dann ist leckter so ja du schiebst den nach hinten Shepard ja genau und da habe ich halt nach Reim geguckt und da hatte ich halt dieses leckter, mein Name reimt sich da drauf und dann ist Shepard also vielsilbiger Reim und dann war die Frage was ich daraus mache ich wollte unbedingt wieder mit Triolen abschließen weil ich damit experimentiert habe dieses du bist der Gott dann ist leckter Shepard weil das cool ist wenn man am Ende noch mal ein bisschen mehr durchflowt nach den Pausen und jetzt habe ich halt dieses Shepard im Kopf gehabt und dann habe ich mir gedacht okay das klingt halt wie der englische Shaphirte also Shepard dann gibt es halt dieses Wort greatest of all time der Goat da gab es schon unendlich viele viele Doppeldeutigkeiten mit Ziege die gebracht wurden ich fand es aber halt ganz cool zu sagen weil das Wort Shepard also etwas Shepard halt also Musik Shepard ja zum Beispiel und halt der Shaphirte das klingt halt gleich ein Spit quasi und das ist ganz cool wenn man sagt dass man der Hirte von all diesen selbsternandten Goats ist quasi also der Anführer das fand ich ganz cool und dann hat sich das so miteinander ergänzt war fand ich einen coolen Spit in einem coolen Flow das war es auch eigentlich schon da muss ich jetzt was zu sagen das ist ein Double Time oder? ein triodischer Double Time ein triodischer Double Time eine ganz kleine Passage dafür habe ich jetzt gestoppt in der Vergangenheit haben Koya und Ruben halt kritisiert dass wenn ein schnellerer Part von mir kommt dass er so unerwartet kommt deswegen habe ich extra geguckt dass ich hier eine kleine Passage anleite damit der Double Time der später kommt zumindest nicht komplett einen Alt-Off-Guard erwischt sondern man es zumindest peilt in dem Zusammenhang ja damals das war halt nochmal das war halt nochmal anderes Problem das war auch unkinder da kam ja so viel zusammen und es war einfach komisch vor dem Reimschirm ich habe ihn ja auch nicht versiert im Double Time es ging nicht nur um den Double Time da waren auch noch anderes generelles Feedback habe ich mir auch zu Herzen genommen finde ich dann einfach geirrt meine Kritik wird angenommen ja ich finde einfach du machst das mittlerweile voll gut ich weiß gar nicht ob da ich kann mich gar nicht erinnern dass er jetzt noch in Double Time kommt aber wenn du das sagst nur ein kleiner da kommt später ja aber ich finde es geil wie du da einsteigst das sind einfach diese verschiedenen Flow-Variationen die du da benutzt ja genau und diese ganzen diese ganzen Pausen halt auch da drin diese Lektar Shepard lange Pause Du bist der Gott äh ja vor allem dieses kleine Gantzücken was da noch kommt das Geräusch guck wie Lektar Shepard du bist der Gott dann ist Lektar Shepard Zuckitipom Baller wie Geistesgestörte die reimenden Wörter durch deinen Gehörgang Zuckitipom Baller wie Geistesgestörte das ist ja direkt hinterher ja genau Gehörgang da war das so da habe ich dieses also der Reim ist ja fünfsilbig äh Baller wie Geistesgestörte die reimenden Wörter durch deinen Gehörgang und das ist halt low also von der Aussage her ist es übel low weil das halt wirklich auch wieder einfach was sage ich denn ich rappe das ist quasi die Kernaussage davon ich rappe wie ein Geistesgestörter mit einer Waffe schießt ich bin älter als 9 und ich rappe ich bin 9 und ich rappe ich bin auf heute der Chef ähm also ja genau es war halt auch ganz gut wieder Triolen aber dieses Mal 3,5 so über hintereinander fand ich ganz nett war erfrisch du bist einfach ein Fan von Triolen äh ich hab's halt in dem Track viel ausprobiert ich wollte einfach gucken wie es wirkt wie man das cool einsetzen kann auf jedem Instrument The Killer Face Rap Madman Raps Jack the Ripper ey das habe ich da bin ich nicht hinter gestiegen Face Rap Man Face Rap Madman Raps Jack the Ripper Face Red Man mein Gesicht mein Gesicht ist rot ich bin ein Madman Face Rap Madman wie geht Killer Face Rap Madman Raps Jack The Ripper ok das ist ja verständlich na klar ahja ähm ja da ist es so ich bereue dass ich so geflowt habe Face Rap also mit der zweiten Zeile bin ich zufrieden aber beim ersten war es ein bisschen blöd ähm hier rappe ich jetzt so auf jedem Instrumental Killer Face ja genau dass ich das so lang ziehe auf jedem Instrumental Killer früher habe ich das so gerappt auf jedem Instrumental Killer Face Rap Madman Raps Jack The Ripper das finde ich hätte besser gepasst finde ich ein bisschen schade ich wollte halt da unbedingt auf die Snare kommen aus irgendeinem Grund aber ich habe halt gemerkt also jetzt im Nachhinein so ein bisschen mehr Laidback hätte es schon cool geklungen gerade weil die zweite Zeile ja auch sehr Laidback ist ich habe auch am Anfang die Zeile ging ganz anders ich habe gesagt auf jedem Instrumental Killer Beat Must Murder Raps Jack The Ripper und dann war ich halt duschen so wie man das manchmal so macht und beim duschen dann so habe ich mir so gesagt Alter ich feiere das bei Eminem voll wenn er was reimt und dann einfach sechs einzelne Wörter mit der gleichen Asonanz mit der gleichen Reimsilbe hineinander in der Park wie bei Rap God dieses ich weiß gar nicht mehr wie er das da gibt es so eine Stelle bei Rap God wo das richtig hart rauskommt ich kann es leider nicht zitieren jetzt oder das auch genau und dann habe ich das hier einfach mal versucht relativ chillig aber nachzumachen weil Red Mad Mad Man Raps Jack The Ripper also fand ich ganz cool ja inhaltlich halt auch wieder relativ Banade so aber ich habe ein rotes Gesicht und ich rappe aber aber ich habe da tatsächlich ein rotes Gesicht und ich rappe deswegen fick up Red da in sein Video kommt dann aber kein Dings hat kein Nagelneu in der R8 wow was geht denn jetzt das habe ich überhaupt noch nicht gehört dass da auf einmal so ein so ein das so Quar hinten dran kommt ja genau so quasi ja hast du zwei Stimme noch reingesogen die war vorher auch da hat man das gehört ja aber ich meine die hat man wie gesagt das hat man das hat man nicht ja das weiß ich aber das hat man nicht gehört auf dem auf der Videoversion weil es halt so kacke gemischt war das war halt der Rough Mix damals noch und jetzt ist es halt so dadurch dass ich das halt so gemacht habe kannst du es jetzt halt richtig hören und ich dachte mir das ist eine coole Zeile die kann ich raushören es sind zwar nur die letzten zwei Lines normalerweise geht eine Bridge vier Lines aber es hat trotzdem so noch mal ein bisschen zu Hook übergeleitet das fand ich ganz cool und ich meine ich habe hier noch Sounds eingebaut der Beat ist zwar nicht von mir habe ich ja gesagt vielleicht hört man das im Hintergrund da ist so ein leichter Fade da drin so ein das ist auch habe ich alles noch gepickt mit reingepackt und so weiter und es sitzt halt aber du hast aber du hast nur die Reim du hast nur die Reimwörter gedoppelt ja oder nein ich habe alles ich habe alles komplett das hört man sehr wenig finde ich also ich höre das sehr wenig raus ich als Laie ja du hörst halt ich rapp das halt noch normal mit und der Gesang ist im Hintergrund halt noch doch das wird nix wenn der Beat kein Bass hat wie Woody wer also ein Bass hat wie Woody das da höre ich es raus und im Hintergrund ist dann noch so ein ja genau das höre ich ich mag die Zeile halt sehr gerne ich finde es witzig weil die habe ich ja schon vor drei vier Jahren geschrieben damals noch mit einem Feature mit meinem Bruder geplant was niemals rausgekommen ist und ich hatte so dieses Papier mit dem Text ich schreibe ja alles noch per Hand auf meinem an meinem damaligen Schreibtisch liegen Ruben und Marc waren bei mir so zu Gast damals ich habe nur zwei Freunde ich saß so schon mit äh Marc so vor der Glotze Ruben liest ich so meine Texte durch und irgendwann so von hinten kommt einfach so das Geräusch ach Bass Lull ja man muss ja nicht alles auf dem ersten Ding verstehen nein es war nur witzig weil das so vollkommen unerwartet kam A Cappella sie wollen in Gaspart fünf Fuffi doch das wird nix wenn der Beat kein Bass hat wie Woody achso sorry zwei Sachen noch erste äh in dem Double Time ich denke mal viele werden nicht verstehen was ich da gesagt habe weil es halt dann doch relativ schnell ist ich hab äh gesagt ähm enemies machen auf Rockefeller sehr reicher Mann im Panamera sehr reiches Auto reiches Auto teures Auto reichhaltiges Auto mieten die Wagen und zacken bei Labels so wie dieser Schubi zum A Cappella Schubi A Cappella ist ein Rapper logischerweise den kennt vielleicht den ein oder die anderen das ist der mit dem der ist bekannt für einen Song wo der wo er auch Double Time Passagen drauf hat die sehr seltsam sind also der war da sehr groß in der Kritik und ich dachte mir wäre doch witzig ein Double Time zu schreiben wo ich was gegen jemanden sage der ein Double Time verkackt hat hallo ich bin übrigens selbst jemand der ein Double Time verkackt hat also ist es der ist der den du mir gezeigt hast gib deiner Bitch gib deiner Bitch ja das ist der gib deiner Bitch obwohl der sich auch verbessert hat mittlerweile muss man echt sagen ja es ist ja sau schnell gewesen es war nur ein bisschen weird techniklich halt darf er auch drüber lachen also ich finde auch mal darüber über das lachen was ich vor Jahren gemacht habe was so mega wack war ich verstehe deine Sachen zum Glück noch bei Johnny Slides da war ich dann raus also da habe ich dann ja die Wortspiele sind halt so man peilt sie noch irgendwo oder ja das ist verständlich das mitmachen auf Rockefeller in Panamera das ist doch schon da ja da kann man dann was weiß ich aber ich habe auch verstanden das ist ein reicher Mann und das ist ein teures Auto ja ja man hat schon man hat schon gemerkt so meine Gegner machen das und das und das finde ich kacke Gegenposition stark ja das ist real was willst du machen Aufbau fand ich auch geil weil falsch jetzt kam so eine Szene in dem Hotel wo wir waren war eine Kiste eine große dann habe ich mir gedacht ey wäre da voll geil wenn ich so eine Quentin Tarantino Szene mache wo ich so wie wie diese Kofferraum Szene Kamera sitzt hin guckt raus und von außen macht es jemand zu und dann habe ich hier diesen Übergang gemacht dass der schwarze Balken erst nach oben geht und dann nehme ich den Balken quasi und ziehe ihn nach unten so sah das dann auch das wird nix wenn der Beat keinen Bass hat wie Woody wer hat weder Texte noch Flow wer wer ist deinem Label Devote wer und das fand ich jetzt auch geil beim Übergang weil gleich kommt ne Szene wo Johnny und ich halt da sitzen auf der Couch und dann haben wir das ohne Schnitt gemacht dass es dann einfach zu ihm rüber geht das fand ich auch so gut wer verkauft sich für Kinder als Dope sag mir wer 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 hat weder Texte noch Flow wer ist deinem Label Devote wer hat diese Punkte vergeben scheinbar die komplette Szene verstehst du mir erscheint ein Gucci ein bisschen zu schwer ich erleichter dich darum mit deinem Pump-Action-Gewehr so jetzt ist so hat er jetzt das Johnny dran da finde ich all sein Outfit war geil last minute wirklich so ja wie machst du das eigentlich willst du dein Gesicht zeigen ach scheiße ne ah fuck ja ich hab hier doch so ein Jägermeistertuch er hat auf jeden Fall zwei Tücher mitgebracht ein Jägermeistertuch und irgend so ein grünes das Jägermeister hat besser zur Cap gepasst ja genau genau ihr habt euch da mehr um ihn gekümmert gerade weil in dem Moment weil ich halt mit Video und so weiter beschäftigt das alles einzustellen deswegen war ich bei dieser Fashion-Auswahl gar nicht so stark dabei ich wüsste auch was halt auch geiles Johnny hat halt ne Sehschwäche und hat eigentlich ne Brille getragen ach stimmt ja genau das er muss aber sagen für die ganzen Widrigkeiten er hat uns nicht gekannt war noch nie vor der Kamera sein Text war ja übel kacke recorded er hat den auch noch war ja übel kacke recorded Junge der war halt auch er hat den nicht auswendig gekonnt und trotzdem macht er so coole Hand-Performance es ist also wirklich wie er sich bewegt und das macht er kann das also er kann das er hat auch noch nie performt keine Ahnung warum du das kannst alter er hat es mir eigentlich erzählt er macht das nämlich auch privat immer wenn er seine Songs hört dass er sich das überwägt er macht seine Moves er kann das halt und ich kann es überhaupt nicht für mich fühlt sich das mega seltsam an vielleicht muss ich mal zu choreographen er hat halt ne Choreo er hat halt Pump-Action gewähren er hat wirklich ne Pump-Action gewähren ohne Witz in Zukunft werde ich das so machen dass ich mir Choreos aufschreibe bevor ich die mache da übe ich wirklich da gehe ich kurz zur Baumschule fragt nein du kannst wieder rausschneiden du weißt in der Baumschule werden Bäume gezählt du weißt Waldorfschule baumschule ist einfach ist einfach ein umzeutes Gebiet mit ganz vielen kleinen Bäumen mir scheint ein Gucci Handtächerchen zu schwer ich erleichtere dich darum mit einem Pump-Action Gewehr ja Leute wie du verdienen Lymphknoten Krebs ich habe nur für dich gelernt wie man mit Rückstuf umgeht er ist sogar noch mal brutaler in den Songs als du oh deutlich brutaler tatsächlich aber da bist du ja halt ein handsames Kätzchen dagegen ich bin doch auch handsome du sagst mehrmals in deinem Video drehen dass ich voll handsome bin wo ich sage ah du hast so ein handsome Gesicht das ist bei den Outtakes wo ich das rufe du hast so ein handsome Gesicht wie so kein Rapper guckt so habe ich gesagt naja was willst du machen ja aber das ist halt auch du ich meine das ist natürlich wenn man sich in diese Rolle Leg da rein steigert ne dann äh da muss man ja auch was abgeben ja bei diesem oh aber du bist halt im realen Leben nicht der der oh macht ja das Ding ist halt oh wir müssen uns mal bei Zeit wirklich meine ersten Songs reinziehen du wirst am Boden liegen es gibt ja auch einen Song den ich dir nicht gezeigt habe das war literally mein zweiter Song den ich jemals gemacht habe du kennst den ersten du kennst den legalären Kaleidoskop Song boah wie der Text heute will gut alter sorry aber ich stehe immer noch hinter dass der Text gut war ja kannst du ja nochmal machen Kaleidoskop 2 nein der heißt dann einfach Kaleidoskop weil Kaleidoskop 1 gab es ja nicht jetzt Kaleidoskop Trademark irgendwie sowas mir wird schon was einfallen ähm aber der zweite Song Guten Morgen hieß der kennst du kennst du ja noch gar nicht wirklich ne da hab ich auch so dieses ich spitte so und dann mach ich auch so ein oh aber der kleine schüchterne Lektor von damals hat halt nicht oh gesagt sondern ah ja aber Junge sorry das kommt so behindert wenn du es hörst du musst halt anfangen also keine Ahnung du musst ja irgendwo anfangen und jetzt das ist ja wenn man das kennt wenn man das kennt was du jetzt machst das ist ja halt einfach ein großer Schritt hallo und wirklich schön guten Morgen je nach hat sich jeder Rapper meiner Größe unterworfen ja Lektor dein Name ich bring recht geile Phrasen nach ner rechten Gerade machst du nen Höhenflug gen Norden ah ja das waren paar gute Bars der Teufel steckt im Detail und ich bin Satan zum Quadrat wow das ist Rap und keine planlose Machenschaft so geschickt ich zieh selbst Thanos den Handschuh ab keine Sorgen ficke die Szene am Beat bretter bretter den Penner mal leben den Schädel ein mit einer Härte von Edelgranit und dann wird's richtig cringe muss überlegen als du das geschrieben hast war ich zu dem Zeitpunkt grad da war ich ja da da war ich 17 hey dann ist es ja ich dachte das wäre jetzt so in der siebten gewesen oder so ich schreib zwar schon seit der siebten so aber da hast du nix eingeregt ich rapp ja erst seit Frühjahr 2018 richtig vorm Mikrofon ok ok und damals ich sag grad schon ok ok aber ich hab's halt mit der Kinderstimme gemacht um mich ein bisschen von mir selbst abzukehren ja ey aber wenn ich mich wirklich von damals nachmachen würde da warst du ja schon bärtig wenn ich mich wirklich nachmachen müsste damals dann klinge ich so ficke die Szene am Beat ha 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 bretter der Penner mal Leben in den Schädel ein mit einer Härte von Edelgranit wirklich auch dieses Genuschel ich hätte Angst gehabt du bist der Lateback Psycho du bist der Lateback Killer ich war früher mehr Elektra als heute wirklich das ist so richtig Lateback ich kämpfe jeden Tag ich kämpfe jeden Tag mit dem ich kämpfe jeden Tag mit dem Zustand der Erschöpfung immer nur Blut bei einer Stress Junge wirklich so viel Rotz ich überleg sogar teilweise Sophie Rotz ich stimme manchmal gell ich frag mich ob der Stimmbruch auch manchmal aufhört oder ob der jetzt mein Leben angeht Junge ich Sophie Rotz Sophie Rotz Sophie Rotz wir hatten ja einen Song gemacht ich erleichter dich darum mit deinem Pump-Action-Gewehr Leute wie du verdienen Lüftknotenkrebs ich hab nur für dich gelernt wie man mit Rückstoß umgeht ja ok ja er singt vorhin mit einem Pump-Action-Gewehr und dann hast du dann so einen Sound das ist ja nicht von einem Pump-Action-Gewehr muss man schon meinst du jetzt das eben gerade aber das war ja auf den Rückschuss bezogen ja ja genau das waren das die Junge das war eine Heavy Machine Gun die ich da reingemacht hab aber ich denk mir so ok Waffenfound Waffensound.fx und dann welches Modell und guck ich ich guck meine Waffensound-Library durch und guck dann welche am besten passt und ein Pump-Action-Gewehr wäre halt und das fand ich kacke in dem Moment ja das und dann hab ich diesen Pump-Sound gefunden hab diese Schütze dann extra auseinander geschnitten und so zusammen gemacht dass es mit der Hi-Hat vom Beat also mit diesem im Hintergrund zusammen geht boah du hast die du hast die aufeinander gelegt machst du Musik oder so ich mach das immer aber ohne Witz jetzt also auch das zickidi-bam und so weiter oder oft ja das ist auch geil wenn sowas auf nicht auf Beat halt aufm Beat ist ja genau aufm Beat in der Hucke übrigens hörst du auch viele Schüsse die hab ich ja alle aufm Beat gecuttet ja das ist ich hab ja letztens hier auch mal ein Video geschnitten ich schneid ja auch Videos so da pass ich dann auch auf wenn ich irgendwie ein Lied im Hintergrund hab dass ich probier dass Sachen sagen wir ich ich blende Sachen ein dass sie halt auch aufm Beat also ich einblende das auch zack 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 ja genau aufm Beat das klingt ja doch tausendmal geiler das ist einfach geil weil sonst ist es so du hörst vielleicht im Hintergrund ne Hi-Hat oder so und dann kommt auf einmal noch ein Klick-Sound von irgendwas was du einfügst klick da macht es doch einfach aufm Beat ja das stimmt aber wirklich so es klingt halt auch einerseits ist es so der innere Autist so der innere Monk ein bisschen ich weiß gar nicht ob Monk Autist war aber aber das ist so dieses du willst es schon gerade rücken und andererseits klingt es halt auch einfach besser aber hier nochmal auf den Schuss auf die Hi-Hat und dann auf den Schuss ich hab nur für dich gelernt wie man mit Rückstoß umgeht ja oh das wird sogar schön da 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 Lila mit der Purple Sprite den dumme Kinder kaufen Boxen und das Merchandise was nicht alles geht wenn man Relevanz simuliert eure Platten würd ich nicht einmal mit Ampfe zuschmieren hier kombiniert der Johnny sein souverän aufgebautes Drogen-Image zusammen mit der Sozialkritik an die deutsche aktuelle Rap-Szene euer Ding würd ich nicht einmal mit Ampfe zuschmieren mhm weil er da drauf Drogen konsumieren wollte was sagt er dann da was sagt er davon was irgendwas irgendwas Lila was nicht alles geht wenn man Relevanz konsumiert ja mit dem Lila oder mit der Purple Sprite das wird ja genau genau Purple Sprite ihr macht nicht nur Lila mit der Purple ihr macht nicht nur Lila mit der Purple Sprite denn dumme Kinder kaufen Boxen und das Merchandise ich find Purple Sprite klingt klingt voll wie so ne Waffe die Purple Sprite jetzt wär das so ne bla bla jetzt wär das so ne Waffe aber damit ist lean gemeint geh ich mal davon aus ja eure Platten würd ich nicht einmal mit Ampfe zuschmieren zeigt jemand deine Mucke und ist krass fasziniert frag ich willst du hast die mich wieder in der Klapse fix das aussieht so er macht so er ist ja wirklich drinnen ne ja und hat dann so diese Hände im Hintergrund verschränkt und ich wusste in dem Moment nicht was ich machen sollte und du so ah oh nein du so wirklich die Hand auf ihn drauf so wie was hab ich da gedacht so wie keine Angst jetzt bist du sicher ja keine Ahnung man ich wollte einfach keins kommt er war voll drin und du stielst ihm aber die Show aber es sieht auch so ein bisschen aus wie Bro Alter viel zu übertrieben ja chill mal man guck guck alter okay man ja wir glaubens dir nein aber Junge völlig völlig falsch reagieren wir heute deine Songs konstruiert wie n 40 Plot nur damit du in die Playlist von nirgends ohne Missed kommst was passiert wenn du gegen uns deine Shorttexte kickst kombiniere kombiniere du wirst komplett gefickt okay okay erstmal dahin kommen wir erstmal zu einer Line die wahrscheinlich niemand verstanden hat als er sie gehört hat ich auch nicht er musste uns die ja erklären auch allen zusammen wir waren so bei ihm haben uns das gemütlich gemacht bei ihm in seiner wunderschönen Prachtbehausung und er hatte dann halt auf einmal angefangen von Fitsack zu sprechen und in dem Moment hab ich nicht gerafft was er mir mit Fitsack sagen will und dann gemerkt das ist ein Autor und er hat mir halt erklärt dass der macht Geschichten die oft sehr zurecht konstruiert wirken auch sowohl positiv als auch negativ so wie ich die Erklärung verstanden habe und deswegen sagt er deine Songs ein Thriller Autor konstruiert wie ein Fitsack Plot nur damit du in die Playlist von irgendwelchen Misseds kommst die Aussage ist gut weil heutzutage machen alle zwei Minuten Songs mit dem gleichen Getreller und ganz ganz nach dem gleichen Schema aufgebauten aufgebautes Songs damit du halt gute Karten hast und da hat er recht das ist ein valider Kritikpunkt und damit es auch auf TikTok laufen kann und so brauchen die auch eine gewisse Länge und ich finde auch das Wort Fitsack Plot kann man richtig geil spitten am meisten werden es halt nicht begreifen aber ich finde er betont halt das Geile deine Songs betont er ziemlich gut die ist deines Songs ja und was dann noch dazu gehört das ist ja nicht nur Fitsack Plot Fitsack Plot Fitsack Plot und damit du in die Playlist von so einer Missed kommst darauf bezogen sondern Fitsack hat ja ein neues Buch rausgebracht das heißt Playlist und da geht es rum und da geht es um eine Playlist und deswegen das ist halt nochmal also ihr wisst bei Johnny auf jeden Fall der ist immer noch so da ist auch immer weiter der Sinn drin der ist wirklich der ist wirklich zwei Gedanken weiter als der Otto Normalverbraucher du hörst es so und denkst dir ah ok ja ok da sagt er jetzt was gegen den ok da schlitzt er jemanden mit dem und dem Messer auf und ist halt so erklärt es halt und schreibt es so wunderschön ja was er nicht mehr in der Nase hat halt im Kopf ja so sagen aber der ist halt so dahinter der ist so hinten dran der schreibt einfach richtig gut ausgearbeitete und er ist wirklich auch ohne Witz krasse Lines Junge ich hab viel zu lange gebraucht um das zu sagen der baut halt einfach krasse Lines auf und die sind heftig strukturiert und du sitzt da und denkst dir hä nach dem vierten Mal hören und dann irgendwann raffst du das das ist natürlich pro Contra aber er hat wirklich Text ich finde auch bei seinen Texten manchmal so ich hör da einfach drüber ohne wirklich nach Inhalt zu suchen ja genau ich weiß nicht ob es an der Präsentation liegt daran dass er halt diesen straighten Rap hat wie man ihn von früher kennt er rappt ja wirklich immer durch macht da bei einer schnell eine Pause und rappt dann wieder durch ja da kaum große Wechsel drin außer in seinem neuen Song Arktik richtig gut Arktik richtig guter Song auf jeden Fall und ich glaube das verleitet halt den Hörer dazu das einfach wegzunicken oft aber wenn man dann halt mal drauf hört dann stecken da so gute wirklich so gute Sachen drin manche stechen raus wie zum Beispiel ein gezeichnetes Naturtalent wie Avatar das habe ich gerade auch habe ich auch dran gedacht aber dann kommen so Sachen wie die Würfel sind gefallen spiel deine Psychospielchen mit ein was war es ein offenes Buch in Hieroglyphenschrift und ihr könnt es nicht lesen das ist so da hat man auch gerafft was er da meint mit offenes Buch und Hieroglyphenschrift aber dann noch dieses Würfel sind gefallen Alia jagt er esst und spiel deine Psychospielchen mit also dieses Mitspielen das ist schon sehr verkettet und lyrisch wirklich auch wert das ganze Ding nochmal zu analysieren also wie gesagt die DRS EP von Johnny gerne auschecken ich habe zwar wieder vergessen was die Abkürzung heißt er hat mir übrigens auch einen Druck von seiner EP geschenkt steht da hinten DRS steht für mit DRUGS, RAP und SUICIDE da muss ich dann auch sagen real rap er hat halt die letzten zwei Lines verpeilt es ist eine Anspielung damals bei einem Song auf einem Genetik Album war ein Feature mit Favourite und der hat halt auch ein Part gemacht aber du reichst 16 Lines ein er hat halt nur 14 gerappt und da wussten die auch nicht was die tun sollten weil auch Abgabe war irgendwann und dann hat Caruso der Rapper hat genau das gesagt ey yo Faith was für ein Part man aber du hast die letzten zwei Lines verpeilt man dann habe ich mir gedacht ok mies ich sitze hier um 2 Uhr nachts und habe gerade gemerkt Junge ist so kacke ich sitze hier um 2 Uhr nachts und habe gemerkt dass er seinen Part noch nicht fertig hat und muss da jetzt irgendwas mit machen wir müssen da drehen das heißt das kannst du auch nicht rückgängig machen und dumm ist im Hintergrund im Nachhinein hättest du es rückgängig machen können weil er hat seinen Part ja erst im Nachhinein recorded das heißt er hätte easy noch zwei Lines schreiben können und wir hätten ihn mit reinpacken können hat er aber nicht gemacht aber ich finde es so es wirkt irgendwie nicht unvollkommen also es ist mir gar nicht aufgefallen ich habe das gehört und dachte mir so ja ok dadurch dass du es gesagt hast aber mit dem Wissen dass man es noch hätte ändern können habe ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl es wirkt so ungewollt lustig haha guck mal der ist so doof aber ich finde auch geil wie er im Video guckt da hat er gut gemacht da hat er wirklich gut gemacht ja hä ne also ich finde er guckt so als hätte er es da erst erfahren aber er wusste es ja schon es gibt dem Ganzen keinen Abbruch ich weiß nicht was er da noch für 2 heftige Lines gekickt hat die das ganze Ding noch rausgeholt hätten gerettet hätten gerettet hätten nein ich finde es einfach ok wer verkauft sich für Kinder als Lot sag mir wer ha wer 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 hat weder Texte noch Flow wer ist deinem Label Devote wer hat diese Punkte vergeben scheinbar die komplette Szene ich habe nichts verstanden ich habe gesagt die Katz werden weniger gerade die Katz werden weniger alles für die Katz alles für die Katz oh Junge jetzt erst gefallen so geil hast du die Schüsse gehört Label Devote wer hat diese Punkte vergeben ja scheinbar die komplette Szene verstehst du ich weiß gar wie du dich fühlst wer 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 hat diese Punkte vergeben vergeben wer wer da bin ja ich du hast da so gestanden und genau die Szene kommt da nochmal in den Outtakes vor weil ihr habt da aus irgendeinem Grund gelacht und ich weiß nicht mehr warum und ich fand das geil und ich dachte mir so das ist so ein Move den kannst du perfekt in einem Outro bringen und das habe ich gemacht wer heiß Momo wer 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 ja aber – wie lange ist es noch? Abschließend kann man sagen ihr könnt euch den Song anführen ey der wurde ja schon auf genug angehört auf genug 370 aufrufe ja okay es ist. dafür dass der Freitags rausgekommen ist Ich bin froh weil das ist so nuee eine Klick-Rate von einem Durchschnittsvideo bei mir ungefähr und ich finde es einfach geil, dass ich das halten kann Ich bin einfach froh, dass meine Community sich nicht denkt so Also, Reaction ist ganz cool, aber Songs höre ich nicht so gern Geben wir uns dann noch die Outtakes Okay, geht's weiter, let's go, da bin ich wieder drin Ich bin übel müde gerade, so fackt richtig ab So viel Mühe in dieses Thumbnail gesteckt Okay, let's go Wir gehen rein So Da ist mir auch erst aufgefallen, dass du es in den Song reingemacht hast Ja Ich weiß nicht, wie laut es jetzt wird Wer hat weder Texte noch Flow Wer ist deinem Level-Devote Wer hat diese Punkte verkehrt Scheinbar die komplexe Szene Verstehst du Okay, let's go Ich mag den Effekt auch, das ist, wenn du einen Flanger auf deine Also, das ist einfach der Effekt, den einfach voll aufträgst Koya macht den nicht so gern Oh, sogar dieses Video ist in 4K Das ist in 4K, Junge Die Qualität ist krass, die du da an den Tag legst Muss man einfach mal sagen Herr Lektor, diese Qualität, die sie an den Tag legen, ist der Hammer Dankeschön Wahnsinn Hier auch das Setup mit den 2 Mikros Guck mal, wenn du zu mir kommen würdest 2 Kopfhörer Sorry 2 Mikros 2 Kopfhörer Ich mach manchmal Musik, heil Ja Ja, ja Das ist einfach geil, du legst da wirklich Herzblut rein Ja, kann man so sagen Man kann es sagen, als ob du deine Zeit da rein investieren würdest Ja, schon so meine ganze Zeit Aber hey, was machst du so, was ist sonst so dein Hobby? Trinken Stimmt gar nicht, das muss man sagen Du trinkst eigentlich gar Also du hast quasi nicht viel getrunken Nein, ich bin überhaupt nicht Ich war 2 Jahre sozialer Analphabet, wenn du so willst Da hab ich ja wirklich nur Musik gemacht Ich trink nicht, ich bin sozialer Analphabet Das kannst du eigentlich auch kombinieren So sozialer Analphabet, Starterkit Das kann ja in verschiedene Richtungen gehen Bist du lieber der Analphabet, der sich sozial so richtig abkapseln will Oder so ein Mittelding Jetzt, wenn du mal drüber nachdenkst Es ist halt so weird Kurz mal in diese Schiene Ja Es ist immer dieses Es gibt dann diesen einen auf der Party Mit dem du dann so redest Und dann so Ja, ich nehm ja überhaupt keine Drogen Und alle immer so Na, okay Und eigentlich Der Scheiß, egal So, mach doch, was du willst Aber das ist ja wirklich Wenn du so Partystimmung hast Und alle trinken Und alle sitzen da Und haben Spaß Und dann kommt dieser eine Typ so Der muss das nicht mal von sich selbst erwähnen Das passiert einfach Es kommt einfach auch so Ja, trink doch auch mal was Nee, ich mach sowas nicht Dann bist du wieder echt so Na, okay Ach Norbert Willst du nicht auch mal kurz dran ziehen Alle machen das Dann bist du ja direkt der Weirdo Komm mal ein bisschen näher zum Mikro Dann ist er direkt so der Weirdo Eigentlich so dumm Aber Ja, aber irgendwie Also keine Ahnung Keine Ahnung Es geht manchmal schon einher Ja, doch, doch Okay, let's go Und wieder Also Marc, du siehst eigentlich auch ziemlich hübsch aus Achso, übrigens Face Revealed Das ist Marc Ja, hast du denn wirklich Seit zwei Jahren damit Ja, ich hab ihn extra gefragt Von ihm hab ich gefragt So, ich hab ihn Schon seit zwei Jahren In meinem Podcast mit drin Also Ihm Also Also So eine non-binäre Person Also manchmal er Manchmal sie Manchmal nichts von beiden Also Marc war logischerweise mit dabei Haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt Und ich konnte endlich mal Marc's handsome Gesicht zeigen Weil wirklich So ein schöner Mensch Ein Hübschling Ja Also in den weißen Hoodie Ist halt mega uninteressant Das nur Aufbau wäre Deswegen Gib doch später ein paar Jokes Die können wir gerne noch erklären Und ein paar Sachen sind dann doch einfach aus der Situation raus entstanden Wir waren alle müde Wir waren alle fix und fertig Und mussten halt gucken Dass wir das halt hinbekommen Richtig War gut Also ohne Witz Hat auch jemand zu uns gesagt Niemand raffst In einem Satz Das referenziert dann Man versteht Also ich glaube Jeder hat mit irgendeinem Kumpel Seine Referenzen Aber wir sind so Wir sind halt so Wir checken das oft selbst Nicht Wir sind nicht so Insider Wir sind halt viel mehr so Wir ballern uns einfach gegenseitig zu Bis die Fresse halt auch voll ist Und wir am Ende Einfach gar nicht mehr wissen Wo wir sind Das ist viel zu krass Okay 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 Let's go Also Marc Du siehst eigentlich auch ziemlich hübsch aus Ohne Witz Also in dem weißen Hoodie Ohne Witz Doch Also ich bin Komm doch mal her Also ich glaube Das ist gerade qualifiziert Ich glaube das ist gerade Auf die Couch Ja erstmal auf die Couch Auch ne Referenz War wie die ganze Zeit gesagt haben Wir haben halt das komplette Kamera Equipment Das war ja nicht wenig Haben wir alles hoch In das Hotelzimmer gestellt Und das muss für alle Angestellten So ausgesehen haben Als ob wir halt ein Porno drehen wollen Weil wozu mietet man sich sonst Für eine Nacht im Hotel Ohne Frühstück Mit Soft Mit vier Softboxen Übelst den Lichtern Mit einer fetten Kamera Und drei Und da war halt die Couch Wo Johnny und ich drauf gesessen Da war halt schon die Porno Couch Für den Abend Das war halt so Da waren ja sogar vier Leute Los Zu viert gehen wir da hoch Alle Kamera Equipment Die haben gedacht Kabelträger und alles Das war Weinglaswasser trinken Auf geht's Zum Glück habe ich jetzt die Kamera Guck mal hier Nein Neho So das Gesicht Wie vorhin Auch wieder Mimi-Anspielung Neho Ja noch Neho Das ist scharfes Ja ist scharf Ist so hot Darfst nicht so viel bewegen Ich gehe da noch Es war aus der Szene geht Da kommt schon wieder die Regieanweisung Ich war wirklich Okay ich muss nur sagen Heute habe ich ja gesagt Vorhin ist ja online gekommen Die Outtakes Und Ruben So halbe Stunde später Kriege ich dann auch eine Nachricht Fange ich da meinen Namen nicht sagen Lektar Ja so Genau so ist es immer bei uns Nikolas Lektar Hat er mir dann geschrieben Er fühlt sich richtig unwohl Er hat gesagt Ich bin voll der Wichse Irgendwie so Ja ich komme so krank unsympathisch darüber Und das ist halt so das Ding Wenn du Regie machst Kommst du immer unsympathisch rüber Sorry Du bist der Typ Der das zusammenhalten muss Du hast Verantwortung Du bist der einzige Depp mit Verantwortung Stimmt nicht Ich habe ja nicht mal krass Regie gemacht Ich habe ja nur ein bisschen geguckt Zum Beispiel Ich wollte B-Roll drehen Kommt gleich in der Szene Ich wollte B-Roll drehen Und Lektar Hat die ganze Zeit geredet Geredet Die ganze Zeit Mund nicht zugemacht Und dann bin ich halt Hat Ruhm Bin ich halt richtig ernst geworden Und sag so Ja ist ja schön und gut Aber halt mal deinen Maul Und war so richtig ernst Und das hat mir so Sauer aufgestoßen Ich habe das so geguckt Sitze so im Bus Und habe so die Füße baumeln lassen Ja der baumelt wirklich Wie fühlst du gerade Wie so ein kleines Kind Und freue mich meines Lebens Und guckt dieses Video an Und dann kommt diese Szene Und ich war so Scheiße ich bin so ein Arschloch Und dann kamen noch mehr Szenen Wo ich so dachte Mann ich komme so unsympathisch rüber Das wollte ich klarstellen Aber ohne Witz Ich habe auch gelacht in dem Moment Als er zu mir gesagt hat Als Maul Weil ich das Ja das ist ja auch nix Aber ihr seht ihn doch Es ist so ein Wolleproben Das ist so aus dem Zusammenhang Eine Wolleproben sagt man doch Zu dicken Leuten oder Das sagst du einfach immer Ja okay Wolliger Knabe Wirklich Wolliger Knabe So wirklich Hat er schon so richtig Knabe Wolliger Hat so richtige Lachgrübchen Das ist eines von einem Legostall Darum geht es jetzt nicht Seht ihr was ich meine Er ist gar nicht so schlimm Wie alle denken Ich bin gar nicht Ich sage auch nicht so oft Als Maul Nein ohne Witz Das hat doch niemand gehofft Das ist halt die Bürde Des Regisseurs In dem Moment Meine Güte Ihr guckt euch jedes Making of an Es gibt immer eine Stelle Wenn sie nicht rausgecuttet ist Wo der Regisseur sagt So jetzt aber mal wieder Alle hinstellen Wir haben hier Begrenzter Tag Es war schön Dass ihr alle so lustige Outtakes gemacht habt Aber jetzt geht es mal wieder ran Das ist normal So jeder Regisseur Der in seinen Privatvideos Voll der lustige Dude ist Es gibt immer eine Stelle Wo du ihn siehst In dem Making of So guckt Und dann Ja wirklich schon Anweisungen gibt Junge Das muss halt So Wenn ich meine Fresse halten soll Dann soll ich ja meine Fresse halten Ja ist scharf Ist so hot Darf ich nicht so viel bewegen Ich gehe da mal Erstmal aus der Szene gehen So wie X-Rapper Aber dann bist du bereit Ich gehe ja aus der Szene So wie Sido24 Also jetzt wisst ihr Sido geht 2024 Aus der Szene Es ist offenbart Warte wirklich Das wusste ich gar nicht Auch beim Dreh Ich habe den Joke nicht verstanden Ich dachte Sido24 War so ein anderer So eine Website Sido24 20.com Ja ich kann es eigentlich Mal die Füße holen Irgendwann drehen Tom Hoccin Tom Hoccin Howdy Nida Ich glaube du bist so ein Typ Der könntest du die Füße holen Schon wieder Ich wollte es ja wirklich provozieren Hast du es schon mal gesagt Ja Oh wie unangenehm Ich sage erst so Da kann man mal die Füße holen Fünf Sekunden später Ich habe das jetzt rausgeschnitten Weil ich bin dazwischen Mal aufgestanden Hab mir was zu trinken genommen Aber das war genau Dasselbe Ton Ja genau Das war aber Ich schwöre Bei Keine Ahnung Dass das Absicht war In dem Moment 20 Ja ich kann es eigentlich mal die Füße holen Irgendwann drehen Und jetzt Machen sie jetzt zusammen Ich glaube du bist so ein Typ Der könnte sich die Füße holen Das ist so gestellt Das klingt Wie so ein Pornoanfang Wo du halt mehrfach drehen musst Das weil es nicht geklappt hat Irgendwie Er kommt einfach wieder rein Genau Da kannst du mal die Füße hochlegen Ich bin aber so ein Typ Wie gesagt Das war ernst Aber es gibt Stellen in meinem Leben Wo es oft einmal vorkommt Ich mache einen Joke Das kam bei uns beiden auch schon Letzten Monat vor Ich mache einen Joke Er reagiert nicht Ich denke er hat ihn nicht gehört Und bring ihn mit demselben Einen Tonfall Genau Und er so Dicke ich habe das schon Beim ersten Mal gehört Ich fand es halt einfach nicht witzig Das sind so die unangenehmsten Momente In meinem Leben Wirklich Wenn sowas passiert Sorry Ich weiß auch nicht Ich sitze dann da Und ich muss ja auch da nicht Auf jeden schlechten Witz sagen Ha der war so Nein Vor allem nicht wenn man Da kommt irgendwas Dummes Und ich sitze einfach nur da Und mache so Dicke Hm Und du hörst halt nicht Oder bemerkst nicht Oder ich rede mit jemand anderem Und du machst es Ja Dann sagst du es genauso noch Ja Das ist halt wirklich so Vor allem wenn man halt auch In Begleitung ist mit anderen Leuten Hat man auch nicht den Kopf So auf alles zu reagieren Aber es ist halt so wie es ist Das sind halt meine Wacken Und ich vielleicht Aber ich finde es dann auch Nicht Bei dir finde ich es jetzt auch nicht Zu cringe Wie einfach zu sagen Was Dass ich es schon gehört habe Sondern Bei anderen Leuten würde ich dann vielleicht Beim zweiten Mal reagieren So ja Nice Ja bei mir Bei dir bin ich halt halt so ehrlich Und sag so Ja ich hab's schon Ich finde es bei Rom generell geil Weil er so ehrlich zu mir ist Wirklich Weil Das möchte ich eigentlich auch mal Immer nochmal privat Und Vertrauen sagen Aber ohne Witz Du warst halt immer Zu dir komme ich ja zuerst Wenn ich Feedback will Ich habe noch einen anderen Kontakt Der ist auch ein Produzent Dem schicke ich das für Hard Mixing Feedback Und von dir will ich halt Deine Meinung einfach hören Weil die immer gesessen hat Immer wenn ich jetzt Auf meine vergangenen Songs Höre Hör ich mir das an Denk mir so Ja Das ist Ich fühle jetzt genau das Was du mir damals gesagt hast Yo Deswegen Schicke ich dir jetzt Immer direkt alles Was ich gerecordet habe Wie auch zum Beispiel letztens Mein größeres Projekt da Was ich dir geschickt habe Weil ich wusste Es sitzt noch nicht Und ich weiß genau Was es ist Wenn ich es dir geschickt habe Aber ich merke halt immer Bei so Sachen Das ist eine große Bürde Die ich da tragen muss Aber im Prinzip Ich soll ja wirklich Einfach nur frei raus Das sagen Du sollst mir quasi Verbal ins Gesicht hauen Und sagen was gut ist Und was nicht gut ist Ich soll einfach genau sagen Was ich fühle Und nicht darauf eingehen Dass du es bist Sondern einfach überlegen Das ist jetzt Song A, B Was würde ich Kolja im Auto sagen Wenn ich den hören würde Und sagen würde Boah das finde ich nicht so geil Ja eben genau das Genau das Du bist ja einfach du So in der Richtung Und da habe ich halt Ich habe halt nicht die Ahnung Und kann ja nicht sagen Wie ist Reimschema Und wie klang Sondern ich weiß halt nur Das was ich weiß Für mich Und das klingt halt Nicht so fundiert Aber dann kommt halt auch Nur eine Sprachnach Zurück von wegen Die eine Stelle fand ich Ein bisschen low Da hat es irgendwie Einfach ein bisschen Der Pfiff gefehlt Da war irgendwie das So Aber du weißt irgendwie Du weißt dann Wenigst hast du Feedback bekommen Eben Mach dich mal breit Oh stimmt Jeder nur eins Du sitzt da so wie der Boss Kollegah der B O Z Z Kollegah der B O Z Z Okay Grimmst du dich da weg Das war nicht so unangenehm Ey Junge Ne es ist gar nicht so schlimm Ich wollte ja eigentlich Die ganze Zeit nur von euch wissen Wie ich sitze Und das war Das war eine der einzigen Rückmeldungen Die ich bekommen habe Du sitzt da so wie der Boss Kollegah der B O Z Z Guck mal wie ich sitze Guck mal wie ich sitze Ich denke mir so Ja okay Also ist das jetzt gut Guck mal Das war für dich Valides Feedback Ne Ich überlege halt Was soll ich jetzt mit der Info machen Schau mal einfach Und vor allem Später Frage ich dann auch so Mark kannst du mal bitte sagen Wie ich sitze Was soll ich das mit der Info machen Das ist das richtig Du haben so Ja halt mal da im Augen Jeder nur ein Das kommt Das kommt Das ist da so wie der Boss Kollegah der B O Z Z Wie ich nach unten gucke Und ich dann überlege Du so Ist das jetzt Du lächelst noch so ein bisschen So Wollt ihr das jetzt als Spaß Okay wie ernst ist das jetzt gemeint Ist das eine gute Wirklich intimidating gerade Ist das eine gute Pause Auch diese Bei den Jokes So dieses Ah es kommt schwul rüber Wenn man so weit Das meine Oma Ist offensichtlich ein Witz So vor allem in der Grundschule Hat man ja gesagt Ja wer die Beine überschlägt Und Beine hoch hat Der ist schwul Hä voll schwul Das hat man bei uns Auf der Grundschule wirklich gesagt Und so im Nachhinein Als ich es dann hochgeladen habe Hab ich mir auch gedacht Okay Ist es vielleicht ein bisschen Über die Stränge Ja aber das merkt Das merkt man ja so übel Wir sagen ja später auch noch Irgendwas mit Was in der Bibel und so Ja Wer das macht Ist schwul In der Bibel Das steht so in der Bibel Das klingt wie so ein Little Britain Joke Komm mach dich mal breit Füße hochlegen Oh stimmt Jeder nur einen Das kam zu Ja du sitzt da so wieder Boss Kollege an der B O Z Z Sorry habt ihr mal die Bibel gelesen Sorry habt ihr mal die Bibel gelesen Oh so geil wie das kommt Was hat das denn Mit Füße hochlegen Ich glaube Ich glaube Da war auch ein Cut drin Ich weiß es aber nicht mehr Ich glaube es kam Doch es kam out of context Da guckt immer mal Ein Blick jetzt Das war so wie der Boss Kollege an der B O Z Z Ich habe gerade mal die Bibel gelesen So und das ist Ich bin der große Biede Wer die Füße hochlegt Ist schwul Steht da so Warum sagt mir sowas nie Soll ich mal eine Vision Beim Beten haben von dir Guck guck Und da war jetzt ein Cut Ja das habe ich auch gar Da habe ich Da habe ich einen riesen Part Weggeschnitten Wo es darum ging Dass einer von Johnnys alten Kollegen Auf Psychosen hängen geblieben ist Und sich dann Ach so die Vision Ja 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 genau Und da hatten wir Dieses Thema dann gefunden Und da hat er noch Visionen von ihm Beim Beten gehabt Und ich wollte es raus haben Weil ich mir gedacht habe Das gehört nicht in so ein Video rein Weil das ist dann wieder zu krass Ja das ist sehr Ja wie heißt Einfach Ja sehr intim Ja übel Und deswegen habe ich mir Dacht Du zehlt mir das raus Das kannst du rein Das Vision Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so Ja okay Das ist ja im Kontext Noch dümmer Dass ich das dann sage Er ist richtig ernst Ja der hat Visionen von mir gehabt Und so Hat irgendwas erzählt Das kommt ja alles nicht drin vor Also dachte ich mir Könnte man bringen Ich habe Vor allem man versteht doch nicht Was ich dir jetzt antworte Sprichst du das Was hast du mir gesagt Ich weiß es selbst nicht mehr Sonst hätte ich das eingeblendet Mit so einer Schrift Du hast Pasel geredet Ohne Witz Aber jetzt war ohne Spaß So weird und clunky Dieses Video jetzt auch ist Ich muss sagen Es hat mir gerade einen schönen Moment Bescheid Die ganze Zeit Ist schon geiler Stuff Ich kann bei Mononieren Bist du mir selbst Ah das ist natürlich geil Das ist nicht geil Volle schöne Stelle Ich wusste aber Da war sehr viel Stille dazwischen Und ich wusste die rauskarten Damit es besser kommt Weil sonst Er so Ja ich habe ohne niemanden Visionen von mir selbst Du gehst mit der Kamera so nach unten Also das ist natürlich geil Am Ende habe ich die Kamera gemeint Ne ich glaube nicht Nein hast du nicht Das war wirklich das gemeint Oh man Ich weiß ja den Kontext noch Aber Junge Wer verfickt meinen Arsch Das haben wir erklärt Vorhin Dass das Fokussieren Schlecht schwierig Ah das ist natürlich geil Die Unschärfe Pickt meinen Arsch Nein das macht sie natürlich nicht Nein das macht sie doch nicht Junge Wir haben uns schon drüber ausgelassen Junge was ist das denn Im Vorhinein Wie du dich auch gefreut Dass ich sag Du warst richtig happy Ich habe aber gesagt Guck mal Ihr müsst ja überlegen Ich muss ja die ganze Zeit Trotz allem eine Rolle spielen Und ich habe ja keine Maske Das heißt Ich kann jetzt auch nicht Andauernd lachen Oder flexen Johnny Und dann habe ich halt ernst geguckt Ich habe ernst geguckt Und ihr meinten nicht Weil die mich abgefuckt haben Sondern weil ich ernst gucken musste Für das Video Und dann ruhen wir einfach so Stellt so die Kamera rein Ich sitze vorhin Versuche meine Rolle zu spielen Ihr wisst ja wie es ist Also vielleicht wissen es ein paar von euch Wie es ist vor der Kern zu sitzen Und dann einfach so Die Unschärfe fickt meinen Arsch Und ich komme dann halt komplett raus Ich versuche noch so es aufrecht zu halten Das ist natürlich geil Die Unschärfe fickt meinen Arsch Alter Nein das macht sie natürlich nicht Nein das macht sie doch nicht War schlecht Und dann gucke ich ja wieder ernst Und das Problem ist Muss er stoppen Stellt euch mal vor Ihr sitzt auf diesem Ding Es läuft Die Kamera läuft Das sind ja nicht irgendwelche Outtakes Aufnahmen Die wir wegen den Outtakes gemacht haben Das sind Aufnahmen Die ins Video kommen sollten Und ich laber die ganze Zeit Und wenn ihr drauf guckt Einige sind ja auch reingekommen Also die Stelle zum Beispiel Wo er dann neben An der Lampe vorbeigeht Und man das um unsere Köpfe sieht Das ist exakt die Stelle Wo ich rufe Halt das Maul Ja das ist genau die Wo ich zwei Sekunden vorher Was ins Video mit reingenommen habe Ach Das hast du nicht gehört Nein was Jetzt habe ich Untertitel reingetan Natürlich auch Niemand guckt so Welcher Rapper hat diesen Blick drauf Da fange ich wieder richtig an So Weil ich wieder dieses übelste Grinsen Im Maul Auf dem Mund habe Da hörst du richtig Weil ich wieder lache Da hörst du richtig dieses Das hat man bei mir aber auch voll oft Das denke ich auch jedes Mal Wenn man mich lachen hört Denke ich mir so Wer ist dieser Affe Was ist das für ein Depp Wer redet so Wenn man so redet Das klingt einfach Für einen selbst Wenn man sich lachen hört Mega bescheuert Und da fange ich einfach an Und sag so Was sage ich Irgendwie von wegen Du siehst so Handsome aus Weil du so gelächelt hast Und da habe ich gesagt Wie kann man Kein Rapper guckt so Siehst so handsome aus Dieses Junge Weil ich verschluck Mein Junge immer Ich mach immer so Da muss ich ja nochmal sagen Wir sind alle viel zu kritisch Mit uns selbst Mir ist es nur noch aufgefallen Ja Es ist Ne Das finde ich ja jetzt nicht kritisch Das ist einfach nur so ein Trade von mir Trademark Achso Okay Das mache ich manchmal Hat sich gelohnt es Drei Minuten lang zu erwähnen Zu erwähnen Dass die Stimme wieder hochgerutscht Niemand guckt So welcher Rapper Hat diesen Blick drauf Lenni Der hat höchstens die Augen Das ist alles Und es waren wirklich Leute Schon früher geschrieben Vor einem Jahr Als ich mein erstes Video hochgeladen habe Der hat die Augen von Lenni Als ich schon die Maske getragen habe Und das war das erste Mal Wo ich so gedacht habe Ich sehe aus wie jemand Lenni wie Kate hat die Augen von LeFloid Lenni wie Kate hat einfach übelst Jetzt gleich sagst du Jetzt sagst du irgendwas von wegen Gleich Lenni wie Kate Sieht wenigstens nicht so aus So ob er sagt Scheiß auf mein Leben Oder so Ja genau Lenni wie Kate sieht genauso aus Schon Das muss ich auch zurücknehmen Bei dem Ich sehe Manchmal finde ich Das sieht im Gegensatz zu Lenni wie Kate aus wie eine frohe Natur Ja wirklich Der hat teilweise so Ja aber guck Der hat so Augen Er hat aber echt ähnliche Augen wie ich Das sind so diese leicht hervorstehenden Dinge Das sind noch keine Glubsch Augen Aber schon so dass du dir denkst Ja Ähnliche Augen Hervorragend Ähnliche Mandelform Der Augen Äh Lenni wie Kate sagt wenigstens nicht Äh fick mein Leben Was sagt dieses Ja schon Jetzt hören wir da nochmal rein Bitch ich bin Rapper Ich mache dir so ein paar Tricks Vor allem meine ich Wir sind jetzt immer so crispy clean Weil ich direkt hinter dem Mikro stehe Bitch ich bin Rapper Kein Mehrwert Niemand von mir reagiert auch nicht drauf Bitch ich bin Rapper Das kam aber daher Weil Johnny gesagt Wir haben da Fast den kompletten ersten Part von Ruff gemacht Weil du das gerappt hast Am Anfang Und ich wollte es nicht alles drin haben Und dann habe ich das raus gemacht Dann hat Johnny so gesagt Ja ich finde es immer lustig Wenn Rapper in ihren Texten erzählen Dass sie gerade rappen Dann hast du gesagt Bitch ich bin Rapper Ich habe gehört du machst auch so ein paar Tricks Ich merke schon Ich habe unvorteilhaft geschnitten Das ist wirklich manchmal Als würdest du Nonsens reden Ja und niemand reagiert drauf Man muss halt aber auch sagen Ja das ist so schlimm Ich scann nicht aber Ja das ist halt so Aber es ist echt Ich lebe ja auch so Ich shop auch einfach irgendeinen Kram Hey das ist zu oft in dem Podcast Oder sag ich irgendwas Und keiner geht darauf ein Und am schlimmsten ist es Wenn direkt nachdem ich was gesagt habe Stille ist Weil ihr gerade aufgehört habt zu reden Aber gerade noch nicht gehört habt Was ich gesagt habe Und dann wirkt es so Als ob ich was gesagt hätte Und dann so Oh Also damit kann man jetzt nichts anfangen Also damit kann man jetzt nichts anfangen Es gab auch Kritik Oh jetzt geht das Es gab auch Kritik An den Podcast Dass wir Mark zu wenig zu Wort kommen lassen Beziehungsweise Dann habe ich gesagt Ja das ist ja Also so keine Ahnung Da können wir ja nichts für Aber anscheinend können wir doch Bisschen was für Wir sollten einfach Probieren die Leute besser ausreden zu lassen Oder Leuten eine Chance zu geben Dass sie einfach mal Reden können Ja weil Gerade im Auto Jetzt wo wir den Podcast aufgenommen haben Wir haben die ganze Zeit Einfach nur hin und her Zack, 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 zack Und da hat Mark ja nicht Einen Satz gesagt Doch Okay vielleicht Ein Wort gefreestylt hat er Stimmt Mark, Mark hat ein Wort gefreestylt Mittlerweile innerhalb Zwei Tage zu einem Insider geworden Ich habe meinem Einen meiner besten Freunde Mindestens schon hundertmal gesagt Ohne Witz Er hat es halt wirklich so oft erwähnt Johnny wirklich größte Sympathie Liebe geht raus Und so weiter und so fort Aber Aber Jun Also wirklich ständig Wurde ja gesagt Dass er ADHS hat Das war jetzt ein Catchphrase An dem Abend Das und ganz schön viele rassistische Derbe Grenzwertige Sprüche Die Ohne Witz Die meisten davon habe ich rausgekattet Weil die wirklich Too much waren Also die waren wirklich krass Aber Jo Also fand ich ja wirklich krass Ohne Witz Er könnte eigentlich irgendwann Merch rausballern Wo draufsteht Ich habe ADHS oder so Aber er hat wirklich ADHS Muss man dazu sagen Jaja Also frisch diagnostiziert Aber Ist das auch wieder ein Monat her Jetzt geht er damit hausieren Hast du ADHS? Ja habe ich dir das noch nicht erzählt Sorry Vielleicht habe ich es vergessen So Wenn ich dir erzählt habe So ich habe nie ADHS Ahja Ahja Ja kann passieren Wegen meinem ADHS Ja man Ich habe keinen ADHS Du willst mir Feedback geben Und ich denke bloß nicht Was haben eigentlich alle Gegen Track Your Rolling Das ist eine Hupe Ja guck Stopp stopp An der Stelle muss ich auch einhaken Revisieren Ist so dumm Weil das war auch wieder ein Part aus Rough Weil da habe ich weiter gerappt Als Ruben aufgehört hat Junge Das ist so kontextlos geschnitten Merke ich gerade Das ist ja richtig dumm Also Auf jeden Fall Dann habe ich gesagt Du willst mir Feedback geben Und ich denke bloß nicht Und dann würde kommen Ich bin kritikunfähig Wie J.K. Rowling Und da Johnny den Text halt kennt Hat er halt gefragt Was haben alle gegen J.K. Rowling Da habe ich gesagt Das ist eine Hure Was mega dumm ist Was damit gemeint war In dem Video bei Rough Das macht es eigentlich auch nicht besser Aber da haben wir ihr auf Twitter geschrieben Das war es Das ist der Joke Das war mega stumpf Und natürlich Soll man niemanden einfach so als Hure beleidigen War kacke Aber War lustig Sorry Wirklich Sorry J.K. Rowling Wenn du das liest Der hat 1% ihrer Inkorrektheit Jetzt vielleicht mal zurückbekommen Transfeindlich Teilweise rassistisch Da wirklich Wo ist denn J.K. Rowling Transfeindlich oder rassistisch Ich habe da überhaupt keine Ahnung von Ich weiß nur Ich hab so Du gib dir mal Die ganzen Skandalvideos Ich habe nur mitbekommen Dass einfach Leute nicht mögen Was die mit Harry Potter In der letzten Zeit anstellt Ja das einerseits Aber andererseits Hat sie auch so Gib's dir einfach mal Ich will es nicht zu viel erklären Vor allem weil ich auch einfach Zu wenig zusammenfassen kann Übrigens Andere Sache Guck mal wie gut ich im Fokus bin Wow Also ohne Ritz So hätte ich das ganze Video aussehen sollen Genauso Mit der Attitude Ich stehe die ganze Zeit so Hallo ihr seid ja schon da Ich stehe so in der Luft Wie im Videopunkt Ich rappt dann einfach So als ob ich Ich bin der Rapper Der immer so tut Als ob er sich gegen irgendwas anlegen muss Er hat richtig Spaß Was da weiter Kollege Droh mir nicht groß Mit Pistolen Oh Mark Choreograph sitz nicht richtig Sieht's gut aus Halt mal dein Maul bitte So ist der halt wirklich So assi Ich frag Mark halt so Mark sitz nicht richtig Weil ich wusste ja echt nicht Wie ich wirke Das müssen mir andere Leute sagen Und Mark Wart mir dann auch sagen Du siehst halt aus Als ob du Und Ruben dann einfach so Ja halt Sei jetzt was Aber die Fakt mir Auf dich bezogen Weil du halt Deinen Mund nicht bewegen solltest Ja genau Weil es B-Roll war Also B-Roll Für die Leute Die Leute sind keine Performance-Szenen Sondern so Sachen Die man zwischen Reinschneidet Um für Abwechslung zu sorgen Und ich wie gesagt Wusste nicht wie ich wirke Hab gefragt wie ich wirke Und dann wurde mir gesagt Ja Und später frag ich dann nochmal Und Ruben dann so Ja sieht gut aus Aber jetzt sei mal still Oh mir nicht groß Mit Pistolen Ruben Mark Choreograph sitz nicht richtig Sieht's gut aus Halt mal dein Maul bitte Bitte Sieht cool aus Aber sei mal ruhig Sieht cool aus Aber sei mal ruhig Das war viel zu ernst Man hat überhaupt keinen humoristischen Unterton gehört Das fand ich so unangenehm Aber guck mal guck Jetzt sieht man mich ja lachen Ja ist ja auch Er lachen auch Ja genau Es war ja auch witzig Mimik irgendwas Däutschen rasendlich Mund zu Wirklich Ich sag dir dreimal Dreimal Mund zu Ich hab auch gemerkt Das zu Asi war Da wollte ich einfach ein bisschen Junge Es ist auch Keine Ahnung Ich bin ja nur der Typ Der das Video Aufnimmt Ohne Witz Aber wie gesagt Ich hab das nie so blöd wahrgenommen Es war halt in dem Moment Einfach so Du bist ja auch Du warst halt nicht wirklich Mega sauer Es war nur das eine Ich wollte aber eine gute Szene machen Du stellst dir vor Also dass viele jetzt denken Der Blick war so Aber in Wahrheit war da halt so Ah Mund zu Wie sag ich das jetzt am besten so Es klingt wirklich viel böser Als es war in dem Moment Du warst nett Metascheiß Mark Was soll eigentlich der Metascheiß Das ist kein Metascheiß Das ist kein Metascheiß Nein ich mein Facebook Also Donnie hat gerade gefragt Was soll der Metascheiß Er meinte Mark Zuckerberg und Facebook Ach Meta Mark Zuckerberg Ach halt auch Ich glaubte ja nicht Ich hab dir gesagt Entweder ich halte die ganze Zeit meine Fresse und hab Angst vor Ich versuch langsam wirklich Option 1 einzuleuten Wenn es so weiter geht Das ist aber auch true Das hat er ja wirklich gesagt Er hat direkt am Anfang gesagt Ja genau Er ist eigentlich richtig introvertiert Und hat gar keine Lust mit Leuten Und kagelt es gar nicht gut Aber dann ist er mit uns aufgetaut Und er hat sehr viel von sich gezeigt Sehr viel Sehr viel Ja auch Steh ich ja gut da Ja Steh ich gut da In den Trainings Geh mal da rüber Kein Trainingsweater Steh ich da Oh das ist kein Trainingsweater Ohne Witz Das war mein Lieblingslowpoint Vom kompletten Drehtag Och nö du Was denn Nicht aufgenommen Junge ey Das war wirklich so Wir hatten so eine komplette Performance abgedreht Ich glaub die war gut Die war wirklich gut Aber ja Och nö du Was denn Nicht aufgenommen So knallhart wirklich Nein Baby Das rote Licht bedeutet Dass sie aus ist Den fand ich gut Danke das war das Howl Made Your Mother Hab grad die Folge gesehen Ja aber ich hab auch schon gedacht Die Polymangelie schon Okay Marc Kranz Ja da die Magie passiert im Schnitt Die Magie passiert im Schnitt Was denn Das Das war mir so unangenehm Du hast mir so zugeknallt Das hört man ja nicht Das ist rausgeschnitten Nein nein Das war einfach nicht so laut Das war so laut Hä Nein ich hab alles Das The go Wo ich die zugeklatscht hab Hab ich auch mit reingenommen Das ist so ne normale Hotelmentalität Hab der auch Hunger langsam so Es ist überhaupt nicht laut Man hört gar nix Arsch, bitte die Barz, wie geht's business da 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 da. Nananananananananananana wie Nicki Minaj, uuh. Jo, ich bin so eine Fame-Hure. Also jetzt kommt ne Stelle so, ja, ich mach quasi den selben Jog noch mal, dass ich diesen Filter drüber lege. Während wir halt was rappen, was wir von nem Jahr aufgenommen haben und noch nicht rausgebracht haben. Deine Tünner, weil das mich stört. Die geilsten Bitches finde ich wie die Wurst. Wir gehen mal weg mit deinem Tünner, weil das mich stört. Ja, sie wollen wieder rum mit ihren stil-losen Uhren, doch das tut nichts. Meine Sammlung an Amiibo-Figuren. Wir haben einen zweiten S-Song gemacht. Wir haben einen zweiten S-Song gemacht. Wir haben einen zweiten S-Song gemacht. Ohne Witz, der wird krass, der kommt auch noch. Der wird heftig. Ja, ja, Sneak Peep quasi. Zweide. Okay, da haben wir quasi direkt die Bridge gesungen. Die klingt auch genau so ein fertiges Song. Und Outro wird es auch geben. Wir müssen aber die Parts wahrscheinlich noch mal neu einrappen. Alles, alles. Da muss auch noch mal neu geschrieben werden ein bisschen. Johnny, Achtung, Johnny. Scheiße. Alles gut, lass einfach laufen. Verstehst du? Oh, Junge. Fuck, Junge, jetzt ist es so krank unscharf. Du musst mal einen Junge-Counter reinmachen. Ja, drei, keine Ahnung, viel mehr war es nicht. Das sieht aber nice aus. Doch, das können wir so machen. Ja, können wir machen. Ja. Das war echt geil. Das war so ein Lagerhalle, wo es geflackert hat. Probier mal, probier mal. Leuchte mal ein bisschen. Nee, das macht es kaputt. Es sei denn, du machst ganz wenig. Wenn man so klein ist, ist es gut. Oh, das kann man machen eigentlich, ja. Kann man noch einen Blitz vom Licht. Mach mal ein bisschen weniger. Von der Farbe her, das sieht ja richtig gut aus. Wie auf Drogen. Boah, das ist ja heftig, Mann. Junge, aber ohne Witz. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Mit dem Shutter-Speed. Es sieht so kacke aus. Es sah eigentlich richtig gut durch die Cam aus. Und auf dem Display hat man das nicht erkannt. Und später beim Nachbar arbeiten siehst du hier voll das Licht flimmern überall. Was mega schön. Es ist halt typisches gegen das Licht filmen. Da hätte man vielleicht das ein oder andere noch machen müssen. Das sah aber echt geil aus. Ja, ja, alles gut. Es war halt viel schärfer irgendwo vorher. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil das Licht da direkt reingeschienen hat. Vielleicht hätte man dann Filter nutzen sollen oder ähnliches. Koja hat mir jetzt auch nochmal eine Memo geschickt, die fucking 16 Minuten lang ging. Als Feedback. Die längste Memo, die ich jemals erhalten habe. Ja, aber saugeil. Ich schicke regelmäßig 20 Minuten-Memos. Mit Koja? Nein. Aber einfach so. Ich wollte nur sagen, als ob das die längste Memo ist, die du jemals erhalten hast. Alter, 16 Minuten, das ist gestört. Ich finde, 16 Minuten ist so hart. Da denke ich mir so, Alter, dann mache ich mir irgendwann mal einen Kaffee. Mach mir ein Brot. Setz mich da hin. Und dann statt ein Video zu gucken, höre ich mir diese Memo an. Hast du noch nie eine Stunden-Memo verschickt? So was gibt's? Ich habe schon eine Stunden-Memo verschickt. Dann telefonier doch. Was ist denn dein scheiß Problem? Nein, telefonieren geht ja nicht, wenn die andere Person schläft. Dann muss man halt ein bisschen was erzählen. Alter, eine Stunde. Ich dachte, wir wären close. Es war nicht, weil ich was zu erzählen hatte. Das war einfach so ein... Ja, wie war dein Tag? Erzähl mal. Oh, war eigentlich nicht viel los. Ja, das war wirklich nicht viel los. Und dann hab ich halt eine Stunde erzählt. So mal, 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 mal. Dann gehen wir runter. Das sieht richtig gut aus, grad. Endeffekt unschärfste Szene des kompletten Tages. Okay, jetzt so von oben runter. Jetzt von oben. Ui. Das ist so scheiße. Wir wachsen an unseren Aufgaben. Boah, eigentlich könnten wir da schon... Das war geil. Ne, voll unnötig zu duschen. Aber dann ist es mir aufgefallen. Guck mal. Das ist ein fucking Hotel. Ich kann einfach... Ich weiß nicht, wie ich will. Ich kann duschen gehen, ohne mir den Kopf zu machen, dass es jetzt offen ist. Also auf Scheiß nicht. Ich kann mich ganz in das Kreis duschen. Das war halt auch so. Das ist aber auch wirklich ein Fact gewesen. Du bist im Hotel. Also eigentlich musst du dir mal keinen Kopf machen. Kannst dann einfach mal Wasser lassen. Das ist Real Rap. Da sieht man nochmal, wie ich mir hier... Das ist weniger Comedy-Based. Einfach nur, wie ich mir halt die Scheiße da ins Gesicht gerieben habe. Hier auch nochmal über die Stirn gleich. Krass, das ist Kunstblut. Das ist einfach Kunstblut. Hab ich noch stehen. Hier. Für den nächsten Dreh. Ich wusste auch nicht, was ich damit machen soll. Ich hab hier alles verbarrikadiert. Hab überall Zeitungen ausgelegt. Kommt dann auch nicht mehr raus. Und dann hab ich so die Kunstblutflasche aufgemacht. Und gesehen. Oh kack, die ist verschlossen. Ich brauche eine Schere. Ich kam nicht mehr raus. Und konnte auch niemandem Bescheid sagen. Dann hab ich dann irgendwie mit der Hand aufgekratzt. Dann waren meine ganzen Hände voller Blut. Kunstblut. Junge, stell dir mal vor, da klingelt dann jemand an der Tür wegen Posten. Du machst zwar alles auf. Schmierst da alles voll. Und dann schieb mit dem Paket so. Yo, what the fuck. Ich trage nur aus. Ich bräuchte nur eine Unterschrift. Ich trage aus. Ich bin schwanger, oder? Ey Ruben, du musst dir unbedingt mal dem Finale nichts geben. Das hast du mir geschickt und ich hab's nicht verstanden. Du hast mir das auf Snapchat geschickt. Ich guck mir das an und dachte mir so. War das nicht Whatsapp? Ja, war Whatsapp. Kann sein. Auf jeden Fall, ich guck's mir an und dachte mir so. Hä? Und jetzt? Ich hab mir gedacht. Hä? Okay, cool. Und ich dachte, der Joke wäre gewesen, dass das Video ein bisschen mit der Spur hinterher hinkt. Weil das für mich so aussah. Ja, was halt aber nur Fehler vom Schnittprogramm war, weil da schon so viele Plugins geladen waren. Weil's halt noch nicht gerendert waren. Ja, genau. Aber der Joke war halt. Ja, das hast du hier besser gemacht. Ja, das siehst du auch hier direkt am Meter hinten nebenan, das ist halt voll übersteuert. Aber man hätt's auch noch mehr übersteuern können. Fertig und der ist viel zu krass geworden. Ich hab das nicht gehört. Das fand ich normal angehört. Normal. Hä? Normal halt. Komplett normal. Comedy. Ach, ich fand's lustig. Was sagen die Leute? Ja, 27 Aufrufen. Das kam ja auch erst vorhin raus. Und Johnny hat? Also wirklich nur zwei Aufrufe. Haha, sehr nice, sympathisch. Ich hab erst gelesen, nicht sehr sympathisch. Aber ja, ist gut. Daumen hoch. Ja komm, erstmal direkt hier. Herz hin und so weiter. Das nenn ich mal. Ja doch. Also jetzt im Nachhinein, muss man schon sagen, hat seine Daseinsberechtigung. Es war lustig. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit ihnen zu arbeiten. Ja doch. Ich würd's auch nochmal machen. Vielleicht nicht mehr so ein riesen Ausflug. Wenn's besteht. Wenn der Bedarf besteht nach einem unterqualifizierten Kameramann. Der mich ständig beleidigt. Hätt schon Bock drauf, Alter. Alter, wär geil, Mann. Ich bin sehr, ich bin nämlich sehr devot vor der Kamera, muss ich sagen. Also, aber sind wir das nicht alle so ein bisschen. Sind mich alle devot vor der Kamera. Ja. Und mit diesen Worten. Gehabt euch wohl. Euer Herr. Newstime. Joa. Joa, tschüss, Junge. Joa. 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 Joa.